Ich bin früher nur Rennrad gefahren. Morgens von Köln nach Andernach, das sind 80 km am Rhein und abends von Andernach nach Köln 80 km. Jeden Tag. Und im Winter. Du bist frei im Kopf, wenn du ankommst. Warst du da mal essen, ne? Ja. Ich hab eigentlich nur eine Suppe gegessen, Kuchen und ne, gegessen hab ich nicht. Also, kann ich dir nicht sagen, aber ich hab nur eine Spätze. Bei mir war's, wo ich war, ich wollte da essen und dann war ich im Eingangsbereich und hatte schon nicht stunken. Im Eingangsbereich hatte ich schon so gestunken und wie hab ich gedacht, ah, ne. Hat schon gerochen, ja. Ja, ja. Weißt du, wie teuer das ist, ne? Ja, jetzt ist es schwer teuer. Hallo. Ja, die hat gedacht, da kommen drei fäsche Jungs, ja. Da war ich schon am Lächeln. Der Schmale ist geil. Der da, ja. Ja, komm. Ja, komm. Kommen wir. Ich will. Hören wir. Ja. 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 Okay. Wird besser. Ja, der wird besser. Der wird besser. Ich bin letztes Mal da dran abgestiegen. Da war ich schon schön matschig. Ich bin letztes Mal. Sollte Okay. 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 Oh, oh, oh. super super er hat vorgeschlagen ja ja genau ich habe darauf gewartet dass das sagt gibt einem feind das gefühl dass sie kommt zu fuß ich weiß nicht wird das fahrrad doch nicht noch putzen unterwegs damit komme ich jeden berg hoch da gehe ich wieder da hoch überall da ist irgendwann aus genau dann reicht die kraft nicht mehr und hier gehe ich dann ja noch mal eine ganze stufe und hat wir dann wieder alle gänge die machen die produzieren billiger aber der ist besser weißt du am anfang war dafür keine herausforderung jamaher der name es du den bekamen nur jamaher und dann haben sie aber gemerkt hat jamaher an ihnen vorbei am reiten ist und haben sie sagt nene alle müssen jetzt es du hast ja die die buste natürlich im marketing sind die die besseren oder jamaher motor sind super motor oder keiner weg super jetzt schmeckt auch die ich hab den jo verstanden dass wir ein kleiner schmaler asphaltierter schöner weg so autobahn charakter also du hast gesagt ja machen wir so bitte ich lasse euch jetzt vor wird jetzt harmlos wird jetzt harmlos Ja. Das war's für heute. Du bist zwar getarnt mit deinem Fahrrad wie ein Panzer, aber ich sehe dich trotzdem. Du bist getarnt hinten. Ja, du hast dein Fahrrad getarnt, damit ich das nicht sehe. Ach ja, ich darf doch noch was für Räucheln. Geile Strecke, ne? Und da sind die Eisenbandschienen. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Untertitelung. BR 2018 So, das ist der Weg, den ihr meintet. Aber der Fisch-Tajak-Weier ist hoch. Nein, also Siri sagt auch, Uschi sagt runter, dann kommen wir an den Rhein und dann ist er am Rhein. Ach, der ist am Rhein, da oben ist er mir auch so. Nein, 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 der ist direkt am Rhein, der ist direkt am Rhein. Ah, gut. Also, man kann eh nicht mal vorbeifahren dran. Es geht nicht. Nein, ist okay. Olaf hat sich so gefreut auf Gelände fahren. Ja, 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 ja. Olaf, wir sind erstaunt, dass du mit deiner Karre. Ja, ja, das ist stabil. Das sieht nicht so aus, aber ist stabil. Ja, das sieht schön, wie es das auch nicht so ist. Filigran, aber das ist ein gemuffter Stahlrahmen. Also, du hast ja auch kein Hinterrad. Das ist, glaube ich, auch ein Scheiß, oder? Fully. Was heißt er? Fully ist besser. Ich habe Fully zu Hause. Ja, er hat aber nicht mehr. Ganz neu, hast du gesagt. Ja, ein Jahr 35.000 Kilometer. Echt? Fährst du denn jedes Jahr 35? Du musst doch jeden Tag 100 Kilometer fahren. Ich fahr mehr, weil ich fahr, da fahr ich ja auch noch. Ja, aber du fährst doch nicht jeden Tag 100 Kilometer. Im Schnitt schon. Also, außer wenn du in der Reha bist, weil mit uns, also jetzt die Tage... Ja, ich muss mich ja mal schonen, ne? Ja, stimmt. Hier, ich muss zur Reha, warum? Ich muss mal eine Pause machen. Ich muss mal eine Pause machen. Ja, das ist... Ist doch geil geworden. weil orientiert, also raus, die Nacht... でも... wenn man immer weil die sind... ja, du bist ganz klein. Du bist nur wenn du jetzt passt... Hast du die Drossel noch 50 oder geht das schneller? Ich hab keine Drossel. Wie schnell geht das? 30, 35? 40. Links. Hey, fahr langsam, Tussi. Bieter. 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 hoch Was ist das? Together. Fahrt ihr vor, ihr seid die Profis. Ja, ja, ja. Ja, du tjener weg. Dankeschön. Ja, ja, ja. Dankeschön. 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020